wir unterlassen das unnötige diskutieren und kommen einfach direkt zum punkt okay ich will hier nicht um den heißen brei reden folgendermaßen ich war jetzt in letzter zeit sehr inaktiv und das habt ihr bestimmt auch mitbekommen ja ich habe es auch schon tausendmal erwähnt ich habe einen burger laden das brauche ich jetzt nicht tausendmal zu erwähnen dass das haben wir verstanden das haben wir alle verstanden in der zeit wo ich inaktiv war jetzt die die letzten wochen und monate habe ich viel zeit zum nachdenken gehabt und ich bin um ehrlich zu sein eigentlich zu dem entschluss gekommen dass ich mit social media aufhöre aber aber wartet jetzt erst mal lasst mich erst mal ausreden lasst mich erst mal ausreden mensch jetzt jetzt wartet doch mal lasst doch einen menschen erst mal ausreden mein eigentliches ziel war von anfang an mir reichweite aufzubauen spaß zu haben und natürlich geld zu verdienen mein ziel von anfang an war meiner familie zu helfen nicht nur ich habe meiner familie geholfen sondern meine familie doch mir geholfen also wir haben wir haben uns gegenseitig geholfen so an erster stelle haben wir das alles überhaupt bekommen nur weil der allmächtige weil allah es uns ermöglicht hat okay ich bin ein gläubiger mensch und ich glaube daran dass nur durch die hilfe von allah uns die ganzen dinge ermöglicht wurden ganz einfach letztes jahr haben wir die erste filiale eröffnet dieses jahr jetzt die zweite filiale hamdulillah ich muss sagen ich bin eigentlich da angekommen wo ich immer ankommen wollte ich bin eigentlich durch ich bin fertig versteht ihr es ist also wie soll ich euch erklären es ist wie wenn ihr euch ein spiel kauft ein videospiel und ihr habt das spiel durchgespielt versteht ihr ich bin so gesehen fertig ich bin fertig aber jetzt jetzt lasst mich und deswegen sage ich euch lasst mich erst mal ausreden ich bin eigentlich zum entschluss gekommen es ist kein prank lasst mich doch erst mal ausreden ich bin eigentlich zum entschluss gekommen aufzuhören weil ich das ganze erreicht habe ich konnte dass jetzt das ganze wurde mir jetzt ermöglicht aber ich habe nachgedacht und ich habe wirklich intensiv nachgedacht die letzten tage intensiv wirklich in meinen augen macht das keinen sinn aufzuhören es macht einfach keinen sinn ich habe ich habe diese ganze reichweite jetzt aufgebaut die menschen haben jahrelang unterstützt wie soll ich euch erklären ich bin in diesem burger laden von mir ab und zu so an wochenenden bin ich da und da kommen zahlreiche zuschauer von so weit weg am arsch der welt also wirklich die kommt vom anderen ende der welt nur um mich anzutreffen und dann gibt es da menschen die mich die mich wirklich ungelogen seit zehn jahren die schauen seit zehn jahren meine seit zehn jahren meine videos zehn jahre es gibt menschen die sind nicht mal so alt und hier sind bestimmt wahrscheinlich auch einige dabei hier hier so zehn verflixte jahre habt ihr mich verfolgt es ist krass so das ist einer der gründe weshalb ich nicht aufhören kann jetzt gibt es noch einen weiteren grund den jetzt auch den ich auch auf meinem hauptkanal jetzt erwähnen werde bald ich wurde in meiner vergangenheit als spaghetti arm bezeichnet und ich wurde in der schule gemobbt jeden morgen bin ich in die schule gegangen und die menschen habe ich ausgelacht und mich spaghetti arm genannt ich habe mir also ja es ist es ist hart ja ich habe mich vor also jetzt vor paar tagen habe ich mich daran erinnert ich habe ich hatte hunger ich wollte ich wollte mir was machen und da habe ich gesehen aber spaghetti ich habe das eigentlich schon vergessen dass die sache mit spaghetti arm war eigentlich schon nachdem ich diese youtube social media bekanntheit bekommen habe ich diese diese sache schon längst vergessen dass eine eine erinnerung eine sehr sehr tiefe erinnerung so die die eigentlich schon vergraben war aber ich habe diese spaghetti packung gesehen und da ich die letzten tage so oder so schon in mich gegangen bin und viel nachgedacht habe hat hat mich das wieder an die alten zeiten erinnert wo die menschen mich spaghetti arm genannt haben meine klassenkameraden und 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 viele viele andere auch haben mich einfach spaghetti arm genannt auch aus der familie warum wurde ich spaghetti arm genannt ganz einfach weil weil meine statur damals nicht stabil war ich hatte ich hatte arme wie spaghetti ich wollte ja schon immer eigentlich stabil sein versteht ihr ich sage euch doch schon seit jahren dass ich sport machen möchte und stabiler sein möchte jetzt ist es meiner meinung nach zum punkt gekommen wo es wo ich wirklich also ich habe schon losgelegt ich habe schon losgelegt ich trainiere schon seit monaten ich bin wirklich stabiler geworden im vergleich zu damals ich habe neun bis zehn kilo zugenommen und jetzt kommt das harte ich habe so gut wie fast gar kein fett zugenommen alles muskelmasse ich habe wie ein wie ein werk trainiert die letzten monate wie ein werk verstehe so was ich meine wie ein hund ich es dinge die eigentlich nicht mal schmecken die schmecken nicht ich schwöre es dir die ganzen die dinge die ich esse die 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 schmecken mir nicht und ich habe ein werk lifestyle aber es muss sein es muss einfach sein das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen diese spaghetti arm sache und deswegen habe ich ein hündchen zu rupfen ich muss stabiler werden so das könnte man natürlich auch privat machen man muss da keine videos machen aber ich sage euch ehrlich ich möchte allen meinen mobbern aus meiner vergangenheit zeigen dass ich nicht mehr spaghetti arm bin sondern dass ich stabil geworden bin ich möchte ich möchte es den menschen zeigen ganz ehrlich so kommen wir jetzt zur zur thematik geld zur geld thematik ich weiß das ist das was was die meisten interessiert geld oder folgendermaßen dadurch dass ich jetzt geld verdiene ist mir also das muss jetzt gesagt werden okay das muss gesagt werden schreibt es euch faust dick hinter die ohren dadurch dass ich geld verdiene interessiert mich diese diese internetwelt eigentlich nicht mehr null was bedeutet das das bedeutet du hast ein problem mit mir ist mir latte du magst meine art nicht ist mir latte du deabonniert mich du magst meine videos nicht ist mir latte dir schmeckt mein bürger nicht dreimal darfst du raten ist mir latte verstanden das bedeutet alles an negativität ist mir latte ich habe auch kein blatt mehr vom mund ich sage was ich denke mir ist alles scheißegal davor hatte ich immer angst ich hatte angst boah was ist wenn ich was falsches sage was ist wenn mein video gesperrt wird weil ich diese finanzielle freiheit nicht hatte aber dreimal darfst du raten wie diese situation jetzt ist chat ihr könnt das gerne für mich schreiben richtig chat verdammt noch mal latte ab jetzt mache ich die dinge nicht wegen geld weil ich war kurz vorm aufhören mit social media so kurz davor ich habe es euch doch schon vor einem jahr gesagt ich werde in einem jahr aufhören mit social media so kurz davor aber ich habe es nicht getan weil ich es einfach nicht übers herz bringen konnte ich konnte nicht aufhören mit social media also ich kann es aber ich kann es einfach nicht übers herz bringen finanziell gesehen kann ich mit social media aufhören ich kann es mir leisten aber moralisch gesehen kann ich jetzt einfach nicht tun ich kann diese menschen nicht einfach sitzen lassen es geht nicht es geht einfach nicht habt ihr von meiner seite jemals so ein retort gesehen war ich schon mal so real zu euch das ist glaube ich das erste mal wo ich zu 100 prozent real bin wo ich euch wirklich sage was ich denke so und jetzt kommen wir zur geld thematik ich zeige euch jetzt meine einnahmen also nicht meine aktuellen einnahmen sondern von den vergangenen jahren auf youtube wie viel ich verdient habe ich zeige es euch hier schwarz auf weiß damit ihr versteht warum es in der vergangenheit so scheiße war ich sage es euch offen und ehrlich die vergangenheit war nicht geil finanziell gesehen für mich war es einfach nicht geil damit ihr auch versteht warum ich keine lust mehr hatte auf youtube lange zeit monatelang habe ich ich hatte immer ich habe immer regelmäßig videos gemacht und dann wieder aufgehört und dann wieder videos gemacht und dann wieder ein jahr lang aufgehört und dann wieder monatelang aufgehört immer diese dieses schwanken mal war ich aktiv mal inaktiv und jetzt zeige ich euch warum jeder andere menschen würde es genauso machen vermutlich vermutlich es gibt einige die sind stabil die würden sowas die würden nicht aufhören die würden sich nicht runterkriegen lassen aber ich leider schon ich habe trotzdem immer auf dich gewartet ja akuma und genau deswegen bin ich ja hier genau wegen menschen wie dir bin ich doch da und höre nicht mehr auf wo fangen wir an chat wo wo soll ich anfangen wir fangen mit 2018 an so 2018 habe ich was ne warte das stimmt doch irgendwas nicht ne sorry ich habe ich habe doch keine 69 dollar verdient das macht gar keinen sinn das ist jetzt schon übertrieben da da würde ich schon alter vom ersten ersten 2018 bis zum ersten ersten 2019 habe ich steifen bruder in einem jahr habe ich 3679 dollar also wundert euch nicht warum es ein dollar ist keine ahnung bei mir ist auf englisch weil ich habe damals ich habe damals auf englisch eingestellt und das hat sich dann irgendwie nicht geändert bei mir keine ahnung 3679 dollar 2018 mit diesen videos aber ich kann auch sagen warum die videos waren die meiste zeit gelb die meiste zeit leider die waren die meiste zeit gelb ihr kennt ihr kennt ja ihr kennt ja hier die fortnight videos die waren auch meistens gelb ich weiß nicht warum aber hier hater kommentare auch gelb wie bei abk abk beschwert sich ja auch immer dass seine seine videos gelb sind meine waren auch damals permanent gelb jetzt kommen wir zu 2019 wie viel habe ich da verdient okay da war meine inaktive phase da könnt ihr sehen hier man sieht hier diese diagramme man muss jetzt nicht studiert haben um das zu checken wenn es null euro ist heißt dass ich habe keine videos gedreht und hochgeladen verstanden ich habe da nicht mehr ich war da einfach inaktiv so ich hatte keinen bock mehr vergleich das mal mit euren mit mit diesen ganzen youtuber hier und twitch streamen musstest du die versteuern natürlich nicht legend brah wenn ich 1000 euro im jahr verdiene und die noch versteuern muss dann würde ich mir wirklich überlegen dieses land zu verlassen kommen wir zu 2020 ich weiß gar nicht was habe ich in diesem jahr überhaupt gemacht wahrscheinlich auch inaktiv wer hätte es gedacht 1800 dollar also es sind es das sind wirklich die richtigen zahlen das ist auch nicht gelogen oder sonst was es es sind die zahlen das sind die echten zahlen hier gast ich war fast das ganze jahr lang wieder inaktiv seht ihr das und wie viele abonnenten hatte ich zu der zeit über 100.000 ich hatte über 100.000 abonnenten und nix verdient hamdulillah geld ist geld dann kommen wir zu 2021 gleich kommen wir auch zu den den reisen mit jan und mit jan abi und so ok da ging es ein bisschen mehr aber da war ich auch inaktiv ich muss gerade selber überlegen war ich so oft inaktiv oder was das ist schon das ist schon hart das ist gerade selber auch ein schock für mich warst immer inaktiv du bist abu inaktiv scheiße oh man also bei allem respekt selbst ein ein obdachloser wenn er betteln geht verdient mehr als ich hat einen höheren tagessohn als ich damals ein obdachloser das könnt ihr mir glauben wie alt war ich da 21 jahre hat 21 22 war ich da 2021 war die zeit wo ich ah hier such die such die und so ja das war damals wo jan sein eis hier neu rausgebracht hat dann hier da hatte ich noch lange haare damals ja an die zeit erinnere ich mich die zeit rennt oder chat safe bruder aber man muss am ball bleiben und sich damit auseinandersetzen wieso es nicht gut geklappt hat bra mit klicks machst du eigentlich nicht viel geld das große geld machst du wenn du dir eine marke aufbaust als influenza oder wenn du ein produkt verkaufst dann verdienst du das groß große geld mit klicks macht man nicht so viel geld außer du hast eine reichweite wie monte oder oder keine ahnung ellie geller zum beispiel die haben eine gute reichweite die die können mit klicks leben von klicks können diese menschen leben aber jemand wie ich damals hätte mit klicks nicht leben können oder vielleicht auch doch wenn ich jeden tag ein video hochgeladen hätte aber das hätte ich nicht gefühlt weil ich dann jeden tag wahrscheinlich irgendein schmutz content rausgebracht habe für mich waren video videos eine art kunst das war 2021 jetzt kommen wir zu 2022 da bin ich gespannt aha das ist jetzt die zeit wo ich mich mit jan connected habe welche videos ja das ist die zeit wo ich mich mit jan connected habe da war schon ein bisschen mehr wie viel habe ich mit dem musikvideo steifen von jan verdient 646 dollar nicht schlecht dann hier futur habe ich 630 dollar nicht schlecht oder für ein einziges video ist ist doch gut hier mein erster blog mit jan wo wir in diesem schwimmbad waren 504 dollar ein monat mini job ja das ist tatsächlich ein monat mini job hier john broke villa marokko 523 dollar es ist besser als davor auf jeden fall und deswegen hatte ich auch irgendwo die motivation flug teuer teuer als 500 euro bruder ja gut dass du das ansprichst legend das war halt auch das problem also da habe ich zwar mit einem video viel gemacht aber dafür musste ich jetzt auch dementsprechend flugticket zahlen hotel ging eigentlich fast so gut wie immer auf jan muss ich an der stelle auch sagen und verpflegung essen habe ich ab und zu auch mal gezahlt so ich habe ich habe jetzt nicht immer john zahlen lassen ich habe auch manchmal essen gezahlt weil es konnte ich nicht übers herz bringen so dass ich die ganze zeit eingeladen werde das bin einfach nicht ich werde doch rapper das ist jetzt die sache bra jetzt kommt der plot twist ich habe mit musik aufgehört weil musik haram ist okay direkt zur selben zeit wo ich wo ich gesagt habe okay ich verdiene mit geld ich verdiene mit musik geld aber ich will nicht weitermachen weil es haram ist habe ich dann diese diesen burger laden bekommen direkt zur selben zeit wo ich wo ich einfach gesagt habe ich will mit haram nichts mehr zu tun haben habe ich direkt einen burger laden bekommen verstehst du dass das das ist das lustige aber ja das ist wiederum ein anderes thema weil mein bruder und ich haben suchen seit zwei bis drei jahren einen laden hier bei uns in der nähe wir haben keinen einzigen gefunden kein mensch das problem an an läden ist diese menschen die menschen die die solch ein laden besitzen und und verkaufen die wollen handgeld verstehst du ich mein so die die wollen die sind gierig brah verstehst du diesen einfach gierig du kannst nicht einfach ein laden für umsonst übernehmen der vorbesitzer will einfach dass du bild bisschen bisschen patte rausholst und dem etwas gibst verstehst du für umsonst kriegt niemand etwas und das war das problem wir haben läden gefunden aber wir mussten 200.000 euro 180.000 euro und sowas nur um den laden übernehmen zu dürfen geben 200.000 euro 100 150.000 euro soll ich soll ich kurz in meinen arsch reinschauen und es da raus ziehen oder was haben wir haben direkt nachdem ich mit musik und mit diesem ganzen dreckigen zeug hier aufgehört habe haben wir ein laden gefunden ganz ja ganz normal ohne ohne ablöse ohne 1 cent ablöse wurde also ja halt nur für die ganzen geräte und so haben wir geld gezahlt die schon im laden vorhanden waren die ganzen küchengeräte und so aber ansonsten verstehst du worauf ich hinaus will haben wir ja jetzt kommen wir zu 2023 2000 und freaking 23 ja gut da ging es bisschen ordentlich zur sache so futur dann in afrika waren wir ich habe den friseur in afrika getestet wie viel hat das video eingenommen 557 dollar aber hey das das war schon lustig ohne witz ihr frankfurt video 654 dollar futur im ruhrgebiet knapp 800 dollar hey das ist schon wow oha ich habe in diesem einen jahr auch 26.000 und 100 abonnenten dazu gewonnen in einem jahr das war wenn man das jetzt mit den vergangenen jahren vergleicht ist das schon eine gute menge für meine verhältnisse jetzt dann die kurdistan blogs knapp 700 dollar ich war ja mit jan in kurdistan wer das verpasst hat kann ich nur empfehlen schaut euch an schaut euch die kurdistan reihe an an sich 16k für ein jahr trotzdem sehr wenig ja er hat sich hast recht aber du musst bedenken ich habe nur einmal die video ich habe nur einmal die woche ein video hochgeladen es ist wenig aber ein video hey ein video acht knapp 800 dollar und ein video ist nicht aufwendig du ich filme einfach nur wie ich spaß habe schneide das am ende und lade es hoch 800 dollar das ist das jahr war sehr gut hattest du cutter nein für hauptkanal für mein hauptkanal hatte ich nie cutter bis jetzt vor kurzem also bis jetzt 2000 24 ah ok komm jetzt 2024 wir sind im im mai sind wir schauen wir uns das ganze mal an wie viel habe ich jetzt in diesen fünf monaten verdient okay jetzt haben wir uns also 2024 habe ich bis jetzt 6k gemacht ungefähr hier 2024 habe ich selbst 6k gemacht aber ich habe nach ramadan glaube ich nichts mehr hochgeladen also ich war bis von januar bis märz war ich aktiv drei monate also in drei monaten habe ich das habe ich so viel gemacht ungefähr 6k ist heftig für drei monate plus plus zweitkanal den zweitkanal dürfen wir nicht vergessen aber zweitkanal musste ich noch die cutter bezahlen und da ist mir jetzt nicht so viel übrig geblieben aber ja so das geld plus zweitkanal stabiles geld plus twitch einnahmen richtig alarm plus plus twitch einnahmen das war jetzt machen wir lifetimes das ist meine youtube karriere als diagramm ok da sieht man meine inaktiven phasen und meine aktiven phasen und jetzt guckt euch meine youtube karriere mal an das ist meine youtube karriere als diagramm schaut euch mal an wie oft ich inaktiv war soll ich ehrlich sein das sehe ich gerade auch zum ersten mal lifetime habe ich mir noch nie angesehen so oft war ich inaktiv wow das ist ehrlich steifen brah wenn man das vergleicht mit anderen youtuber und es ist eigentlich peanuts das ist gar nichts peanuts aber warum eigentlich so so wenig so sich so sich hörst du mit deinem arsch zu wir sprechen über jetzt kommen wir mal zum zur gegenwart jetzt kommen wir zur gegenwart wie viel verdiene ich jetzt ja soll ich euch sagen pi mal daumen pi mal daumen verdiene ich jetzt seht ihr diese zahl also ich muss immer ich kann nicht genau sagen wie viel weil es gibt keine bestimmte summe es gibt keine bestimmte summe weil es auch abhängig vom kunden ist an manchen tagen kommen viele kunden dann kommen mal weniger mal viel mal weniger ich kann nicht konkret sagen wie viel ich im monat verdiene aber ihr seht diese zahl oder ungefähr und das ist schon lustig das was ich mein ganzes leben lang also es ist weniger als diese zahl aber aber ja ungefähr ungefähr